Das Wort hat die Kollegin Wawciniak für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben dieses Thema am 8. April bereits einmal diskutiert. Und die Debatte hier zeigt, seitdem hat keiner von uns neue Erkenntnisse gesammelt oder seine Position grundlegend geändert. Neue Argumente sind hier nicht gefallen. Allen aber immerhin treten Grüne und die Linksfraktionen in den Wettbewerb um die beste juristische Formulierung im Detail. Sinnvoll ist das nur bedingt. Sinnvoll wäre es, gemeinsam an einer Vorlage zu arbeiten. Zumindest die Oppositionsfraktionen könnten dabei schnell eine Einigung erzielen. Natürlich ist dafür noch ein bisschen Feinarbeit nötig, aber das wäre sehr lohnenswert. Denn am Ende stünde ein breiter Konsens mindestens in der Opposition. Das wäre gut. Besser wäre, wenn sich auch die Regierungsfraktionen an der Erarbeitung dieses Konsens beteiligen würden. Aber ich habe ja Herrn von Essen so verstanden, dass er das in Angriff nimmt. Ein Konsens wäre gut, weil dieses Thema uns betrifft, uns alle. Und wir täten gut daran, ein klares Signal an die Öffentlichkeit zu senden, wie wir uns als Parlament diesem Thema stellen. Worum geht es? Wir sind gefordert, einen Missstand zu beseitigen. Deutschland hat die UN-Konvention gegen Korruption aus dem Jahr 2003 nicht ratifiziert. Bislang ist hierzulande nur der Stimmenkauf verboten. Es geht um den Kampf gegen Korruption und darum, dass Bestechung und Bestechlichkeit von Abgeordneten strafbar sein sollen. Niemand soll und darf sich Geld mit politischem Handeln kaufen. Auf keiner Ebene. Darauf muss jede Bürgerin und jeder Bürger vertrauen können. Und dafür müssen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, beziehungsweise sie verbessern. Warum frage ich Sie, sollten wir uns auf andere und sei es die notwendige vierte Gewalt im Staate, also die Medien, verlassen, wenn wir selbst etwas tun können, um Bestechlichkeit und Bestechung zu unterbinden? Es ist unsere Aufgabe und diese Aufgabe sollten wir uns stellen. Im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen sind Linke und Grüne der Meinung, dass es Not und der Demokratie gut tut, Regelungslücken zu schließen. Und dass es nicht ausreicht, die Aufdeckung von Korruption den Medien zu überlassen. Und deshalb haben sowohl Grüne als auch wir einen Gesetzentwurf vorgelegt. Nein, leider keinen gemeinsamen, sondern jeweils einen. Ich habe mir die Mühe gemacht, beide Gesetzentwürfe zu vergleichen und zu sehen, wo die Unterschiede sind. Sie sind marginal. In den meisten und wichtigsten Punkten stimmen die beiden Gesetzentwürfe überein. Es gibt einen wirklich essentiellen Unterschied zwischen den Anträgen in zwei Punkten. Das eine ist die Versuchsstrafbarkeit. Die wollen wir, die wollen Sie nicht. Und der Vorschlag der Grünen, auch Wahlbewerberinnen in die Regelung aufzunehmen, den wir gut finden. Da, finde ich, kann man doch zusammenkommen. Seitens der Regierungsfraktionen sind leider keine Fortschritte in der Diskussion zu erwarten. Immerhin hat Herr von Essen heute darauf verzichtet, im Hinblick auf die Ratifizierung der UN-Konvention gegen Korruption durch inzwischen 75 Staaten, zu denen unter anderem Großbritannien, Frankreich und die USA gehören, uns vorzuhalten, dass wir auch den Unterzeichnerstaat China aufgeführt haben. Ansonsten war wenig Neues zu hören. Nicht bedauerlicherweise. Die Koalitionsfraktion hat auch heute darauf verzichtet, allerdings im Nachgang zur letzten Debatte, muss man das noch mal sagen, darauf hinzuweisen, dass sie findet, dass die Einbeziehung auch von Mitgliedern von Gemeindevertretungen nicht gehen soll. Das Motto war damals, völkerrechtliche Vereinbarungen gelten für uns nur, wenn sie uns passen. Ich glaube, dass wir uns selbst und der Sache keinen großen Gefallen tun, wenn wir jetzt einen Wettstreit weiterführen, bis in die letzte Detailfrage. Ich glaube, es ist nötig, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass es endlich eine gesetzliche Regelung gibt. Vielen Dank.